Grüß Gott, mein Name ist Herrado Joaquin Lempe. Ich bin in Südamerika Kolumbien geboren und möchte heute ein Produkt vorstellen, was mir im Grunde genommen die geistige Welt näher gebracht hat. Es geht um diese Gebetstreiege. Gebetstreiege kommen eher aus der Casa de Dominatio. Das wird ja nicht jedem etwas sagen, aber ich hatte eine zweistündige Operation bei Joao de Deus, einem Geistheiler aus Brasilien und dadurch sind diese Dreiege entstanden, die wir in vier Größen haben. In der Casa de Dominatio gibt es diese Größe, ungefähr 44 cm groß und aus dieser Größe ist die Idee entstanden, diese besonderen Dreiege, wo man Heil anliegen, senden und empfangen kann, auch für jeder Mann und für jede Frau auch zu Hause zugänglich zu machen. Das Grundprinzip eines Heiltreieges ist relativ einfach. Hier werden einfach die Heilbitten in Form eines Briefumschlages einfach reingelegt und der geistigen Welt sozusagen wie einen Online-Briefkasten zur Verfügung gestellt. Und das Quantenfeld, ich bin auch so eine Art Mathematiker und auch Quantenphysiker, bringt Ihnen sozusagen diese Heil-Anliegen oder auch Wünsche, Herzenswünsche zur Realisierung durch die permanente Zuordnung zum Feld. So ist das Grundprinzip in der Casa de Dominatio, dass man Heil-Anliegen in die, in das Heilkraftfeld für die Ärzte rüber geben kann. Zwischenzeitlich habe ich natürlich viel Feedback bekommen von diesen Dreiecken und habe sie weiterentwickelt, unter anderem in einer anderen Dimension. Und zwar, weil ich als Business-Schamane sehr viel unterwegs bin und viele Unternehmer wollen einfach, dass sich betriebswirtschaftlich etwas verändert. Und dafür habe ich dieses Reichtums- und Fühle-Dreieck entwickelt, das besondere Maße hat. Hier zum Beispiel 84 cm. Um die Anliegen noch weiter zu verstärken, kann man hier ganz neu Edelsteine reinsetzen. Auf der Rückseite werden sogenannte Edelsteine genommen und einfach reingesetzt in diese vorgefertigten Kammern, Vitalboxen nennen wir sie, und fixiert. Das Besondere ist, wenn man zwei, Edelsteine nimmt, zwei verschiedene Edelsteine verwendet, entsteht eine sogenannte Edelsteinfrequenz. Und diese Edelsteinfrequenz verstärkt nochmals das Anliegen. Als Beispiel, wenn einer sagt, ich möchte mehr als 1000 Euro verdienen, dann kommt plötzlich eine Null dazu, dann sind das 1000 Euro, 10.000 Euro. Wenn einer natürlich mehr verdienen möchte, sagen wir 100.000 Euro, dann kommt der Null dazu, dann sind das eine Million Euro. Also so als Beispiel zu zeigen, dass diese Frequenzen, es entsteht zwischen A und B, das C und das ist eine eigenständige Edelsteinfrequenz, der sich das Ganze nochmal unterstützt. Das Dreieck an sich ist schon sehr bedeutsam und sehr wirkungsvoll. Ich kann aber auch zum Beispiel die Website reinlegen oder eine Zielkarte und dadurch verstärkt sich das Ganze nochmals. Die Dreiecke lassen sich auch gut aufhängen im Büro und wirken für sich selbst. Für diejenigen, die wirklich Turbo-Business machen möchten, haben wir nochmals einen dritten Punkt dazu gemacht. Und dieser dritte Punkt beinhaltet den sogenannten Vita-Chip, den Vitalisierungsship, der das Ganze dann praktisch permanent mit dem Quantenfeld austauscht. Der Zugang zum Quantenfeld braucht nicht kompliziert zu sein. Es ist hier durch die platonischen Körper, durch das Dreieck gegeben und durch Holz und Natur und Technik miteinander gekoppelt. Dadurch erzielen wir diese Wirkung. Es sind auch sehr viele Referenzbeispiele schon da. Einfach mal selber ausprobieren. Wie gesagt, das ist das Reichtums-Dreieck. Weil viele auch in Sachen Partnerschaft ein großer Wunsch da ist, ist dieser Harmonisierung-Dreieck entstanden. Etwas kleiner. Und auch für das Thema Gesundheit. Und hier gibt es noch zusätzlich einen Reflektor, um zum Beispiel einen Partner zu finden, der dann sozusagen sich verbindet mit der Dualseele im Quantenfeld. Und auch hier sind Möglichkeiten der Edelstandfrequenzen und auch des Vita-Chips als Integrationsmöglichkeit. In der Zwischenzeit habe ich von vielen gehört, die sind ständig unterwegs in Hotels. Und dadurch ist dieses kleine mobile Dreieck entstanden, das Nano-Dreieck, das man unterwegs mitnehmen kann. Oder wenn man in ein Zimmer kommt, in einem Hotelzimmer, lässt es sich leicht aufstellen. Ich stelle es mal kurz hier hin. Und kann das Zimmer sozusagen nochmals harmonisieren. So haben wir wirklich vier Dreiecke. Mit fünf verschiedenen Wirkweisen. Weil unter anderem das Thema Partnerschaft hat auch was mit Liebe zu tun. Da empfehlen wir diese Größe. Das große für das Reichtum. Und das Basis-Dreieck ist das Thema Gesundheit. Gesundheit. Und ich denke, es sind neue Produkte, die einfach jetzt für diese Zeit da sind. Es sind Produkte, die wir jetzt einfach brauchen, um diese neue Welt aufzubauen. Mit diesem neuen Wissen und vor allen Dingen mit neuen Technologien, die sehr einfach sind. Wo sozusagen das Holz und die Natur spricht, gekoppelt mit neuster Quantenphysik. Dankeschön. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, können Sie sich hier eintragen bei dem Newsletter. Dann bekommen Sie weitere kostenlose Informationen zugeschickt, wie Sie ins Quantenfeld kommen. Wie Sie sich mit dem Potenzial des Feldes verbinden. Einfach Ihren Namen und E-Mail-Adresse hinterlassen und Sie bekommen kostenlos weitere Informationen zugesendet. Ich schäbe ja jetzt noch, wenn Sie allegi zu uns nicht möglich haben. Vielen Dank.